Ok, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Trollface Quest Videomeme Wir müssen Trollers sammeln, 25 Stück, dann kriegen wir das nächste Level freigestellt Wir gehen erstmal ins Trollkino Denn dann können wir uns Videowerbung anschauen, werde ich aber nicht machen Ich werde Minispiele machen Die sind nämlich wesentlich witziger So, darum haben wir Minispiele Und da haben wir einmal Hauden Troll, Furzliff, Trollowisch und Trollbergball Wir machen erstmal Hauden Troll Das ist so ähnlich wie Hauden Luka Ne, Hauden Luka Hauden Luka ist was anderes Wir müssen einfach die ganze Zeit auf die Dinger hauen Das gab es früher mit Bibern Da musste man immer die Biber draufschlagen Ganz witzig gewesen Das ist nicht allzu schwierig Kriegt mal ein paar Trollers dafür, wenn man das schafft So, 10 Trollers kriegen wir dafür Das ist aber nicht allzu viel Furzliff ist ein bisschen schwieriger Furzliff, wenn es niemand sieht, zum Furzen antippen Na, ihr seht, der kleine Typ wird da ein bisschen misstrauisch Und links oben haben wir, äh, links haben wir so eine So, ne, so ein, ne, ihr seht da schon so ein, so ein, so eine Leiste Neustart, wir machen uns nochmal weiter, es wird immer schwieriger Ah, er hat mich erwischt Heute haben sie mich erwischt Ähm, ich hab schon wieder Werbung angeklickt, oder? Ich werde irre, äh, ich lass das jetzt, ist mir egal Naja, ohne Sound ist langweilig Deswegen starten wir den Air-Server wieder neu Ist das eine dumme, behinderte Kacke, ohne Witz Hör mal auf da, what the fuck Den, den Bug hatte ich bei BlueSex übrigens auch gehabt Dass ich nicht mehr getappt habe Aber er trotzdem noch weiter gefurzt hat So, er schaut, das Kind muss jetzt noch schauen Jetzt gucken wir wieder bei Misstrauisch Das heißt, sie haben jetzt einen anderen, anderen Level Wie sie schauen wahrscheinlich Verdammt, sie haben mich schon wieder erwischt Jetzt, jetzt geht's zum Beispiel Ich verstehe das nicht, was das soll, Alter Sind die behindert, oder so? Na komm jetzt So, der guckt, der guckt Und jetzt muss ich mich beeilen Äh, ich krieg das echt nicht mehr hin Ich hab's so easy gemacht bei BlueStacks Und hier ist es nicht mehr so einfach, oder wie? So, der guckt, die guckt Wow, okay, ich lass es Das bringt sich Trollerwisch ist noch einfacher Ähm, das ist wirklich, also, das ist kaum, äh, kaum schwierig Du kriegst aber auch nicht so viel dafür Muss eigentlich lediglich die ganze Zeit immer nur rumwischen Äh, oben rechts sieht er Diesen, den Balken, der muss in den grünen Bereich Wenn wir das haben, haben wir gewonnen Bevor links halt die Leiste, äh, runter geht rein 13 Trollers haben wir bekommen Das kann man natürlich die ganze Zeit wieder machen Äh, ist auch gar nicht so schwierig Und ich glaube, an Schwierigkeiten nimmt das auch nicht so wirklich zu Okay Jetzt hat er bei mir nicht mehr gewischt Jetzt können wir wieder ein paar Trollers Ja, das ist, äh Kaum schwierig, ja Mit der Maus auch sehentlich einfacher Wenn es mir mega anstrengend Ich habe jetzt immer weniger, oder? Weil wir, ne, 25 noch Ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, gewesen Und Trollbergbau haben wir auch noch Ähm, da müssen wir also auch mal versuchen Äh, okay, verloren Ähm, müssen wir auch mal versuchen Hier durchzukommen ohne Na, starten Und wir, ohne dass wir so ein Trollgesicht, äh, begegnen Ich weiß aber nicht genau, was wir hier machen Irgendwas muss man sammeln Ach, genau, da Stimmt, wir müssen aber auch was sammeln Ähm, bis wir ganz, oder bis wir alles genammelt haben, weißt du Also jetzt müssen wir entscheiden Wo wir hier langlaufen können Wir wieder ein bisschen doller Wir wieder ein bisschen wat Und da ist ein Trollface Äh, es ist jetzt nicht wirklich schwierig Aber es bringt ja noch nicht so, wirklich so viel Jetzt haben wir ja schon mittlerweile 86 oder so hat man jetzt so 98 sogar Dann kann man das nächste Mal machen Und um die nächsten dann Ah, ja, verdiene 150 Trolles mit Düsseldorf Spielen Und dann kann man erst den nächsten Mal machen Machen wir also erstmal bei der neuen weiter Und schauen, was wir hier haben Oh, wir haben hier eine Anspielung auf Germany So, schauen wir mal Ein Publikum Der Typ Irgendjemand hat da bestimmt Irgendwas, was wir machen können Oder auch nicht Was haben wir da Die Grinstdorf Der Grinst auch doof Okay, dann muss ich sagen Fangen wir einfach mal an Der Erste Trolli Der wird gescheitert Okay, warum das denn Oh Leute, ernsthaft Vor allem, der leitet mich noch Immer irgendwo anders hin weiter Seid ihr behindert oder so Kackentwickler Ohne Witze, Mann Das geht mir einfach nur auf die Nerven Das tausendste Mal jetzt Ist schon mittlerweile Man hört das auch nichts Ist ja logisch Okay, der geht jetzt mega ab Trolli Auch wieder gescheitert Das Level Weiß nicht, warum Okay, immer noch keinen Sound Selbst nach diesem Level Immer noch keinen Sound Hm Der wird auch schlecht bei ihr abgehen, oder? Troll Johns Okay Was müssen wir hier machen? Gute Frage Ich hab keine Ahnung Wir können uns hier jetzt Die Hinweise geben lassen Das zeigt aber lediglich Nur einen einzigen Klick An dem wir mal machen müssen Mehr halt nicht Wir können bestimmt Hier bei dem Mikrofon Beim Reden Ja, ja, war klar Aber nee, jetzt nicht so klar Bei der Hand Da hinten um Wo war noch ein Dings gewesen Egal, wen ich singen lasse Ja, passiert jetzt noch Ich glaube, ich kann den Lied Säge noch anklicken Und das war's dann Irgendwie nicht so wirklich Was muss man wohl die ja holen Das Publikum macht aber auch nichts, ne? Ich glaube, da müssen sich immer andere umdrehen Als sie, die sich eigentlich immer umdrehen Okay Der Typ mit dem Cap Was macht der eigentlich? Der Ripped Aber da hat sich schon wieder eine falsche um Ja Keine Ahnung Lassen wir uns einfach mal den Hinweis geben Da Auf den da tippen Dachte ich mir doch, dass hier im Dings einer ist Im Publikum Ich hab genau den letzten wahrscheinlich angetippt Ja Das ist der Cholololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ich glaube, der frühere Sänger wollte ursprünglich mal ein komplett anderes Lied singen. Ihm wurde es aber verboten, das zu singen. Aus dem Grund hat er es dann einfach durch dieses Trollololol ersetzt. Seinen gesamten Text oder irgendwie die Textstände, die er theoretisch zensieren musste. Habe ich zumindest mal gesehen. So, wir haben hier einen Babysitter mit einem hässlichen Baby. Wir haben eine Kaktee, da hinten ist ein Huhn. Wir haben auch noch Schübe, die können wir aber auch nicht machen. Wir können bei Lampen wenigstens machen. Wir können also lediglich dem kleinen Fratz vielleicht den Finger in den Mund stecken. Weiß. Habe ich verloren? Ja. Ich glaube, ich muss ihm irgendwas geben. So lange tippen, bis er ihm den Finger abgebissen hat. Ist ja eklig. Ah, wir haben einen merkwürdig aussehende Mann. Dann haben wir irgendwas und er doch nicht, dass dann wäre ein Schatzkarte oder so unten rechts. Wir haben einen Müll-Container. Mit einer Katze, mit einer Pistole. Bang! Und er wird gescheitert. Das kommt bestimmt wieder Werbung. Ja, war klar. Müssen wir mal mit ihm um was machen noch? Kann man auch nicht wecken, oder so die Waffe. Nach jedem zweiten Mal kommt Werbung. So. Da oben vielleicht noch irgendwas. Hier oben haben wir noch. Ne, auch nix. Oh, macht jetzt nix mehr. Katze ist aber auch durfte ihr anzuklicken. Ah, guck mal. Ping! Wie lebe gescheitert. Hast du vielleicht bis zuerst die Kopf einziehen? Geht aber auch nicht. Das kann man auch nix machen. Oh, muss man mit der Katze knudeln. Nein, wie niedlich. Level 12 haben wir hier. Wir haben... Wir müssen das, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge... Jetzt öffnet sich das nächste gleich. Na, diesmal mal nicht interessant. Okay, da passiert noch nichts. Wir haben ja noch einen Tritt. Was macht ihr mit deinem Bein? What the fuck? Können wir singen noch mal? Okay, das kann man nichts anderes machen. Kann ich mit dem Zug noch irgendwas machen? Ah ja. Bam! Level beendet. Easy. Sogar ganz, ganz viel Level alleine geschafft bisher. Einen richtig coolen Boy, der auf zwei LKWs... Oh, da haben wir noch ein Hühnchen. Vielen Dank dafür. Jetzt gemacht. Außer Werbung, wie haben wir geklickt. Nochmal. Unnötig laute Werbung? Die Leute spielen danach jedes Mal. Wie dumm ist das denn? So, schauen wir noch mal. Okay, wir nach unten dann. Fuck, Alter, was ist denn jetzt los? Alles klar, wieder die anderen... Die anderen Dings machen mein iPad wieder langsam. Geile Sache, äh. Neu starten. Nein, die App ist gerade irgendwie mega langsam. Warum auch immer. Geil mal ganz kurz zu den Leveln. Dann starten wir es einfach noch mal. Level 13 sind wir mittlerweile. Tippen einfach mal überall. Ich glaube, der darf nicht auf dem Ding da unten landen. Habe ich so das Gefühl. Neu. Vielen Dank.